Ich habe mit 20.000 Euro zwei Monate lang einen der erfolgreichsten Trader kopiert. Zumindest in der App Naga ist er ganz oben mit dabei und mit einem Klick spiegelt man alle seine Trades mit dem eigenen Geld. Nach dem ersten Monat hatte ich einen Kontostand von 23.815 Euro. Davon konnte ich allerdings nur 8.897 Euro auszahlen, weil er noch 51 offene Positionen hat. Und hier sehe ich auch das große Problem, denn Trader schließen nur positive, haben dadurch teilweise utopische Trefferquoten, locken Leute an, die gar nicht das Kapital haben, um sie zu kopieren. Alles habe ich natürlich auch mit dem CEO besprochen und ihn damit in unserem Hauptvideo konfrontiert. Aus der Leader-Sicht ist es so, der Leader sagt, bis es nicht geschlossen ist, ist es kein Resultat. Nach 60 Tagen sind nun endlich alle Trades geschlossen. Ich habe 10.000 Euro aufs Konto gezahlt, sind angekommen. Weitere 14.289 sind in der App verfügbar, das heißt 4.000 Euro gewinnen. Dafür allerdings auch 790 Trades ausgeführt und kumuliert knapp 400.000 Euro investiert.